Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy, meine Freunde. Wir sind hier in diesem Camp, haben in der letzten Folge gegen diese komischen Feuerviecher gekämpft und jetzt müssen wir zurück zu Claire. Also es scheint mir schon, dass diese Abzeichen hier diese Camps einfach sind, weil hier ist ja diese Tatze, auf der bin ich jetzt... Was ist mit diesem Vögel? Auf der bin ich ja jetzt quasi genau. Und kann aber nichts machen. Jobberknoll. Ich weiß nicht, was mit diesen Vögeln ist. Die sind unbesiegbar einfach. Es sind aber viele hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück zu Claire. Was sollen wir hier klären? Nichts Großartiges, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Lude ist, aber ich glaube nicht. Gut. Ein bisschen Hauch des Todes eingesackt. Nicht schlecht. Es ist Tag. Wir können mal gerade in das Inventar gucken, haben wir irgendwas gefunden, was wir anziehen können. Hier. Plus 5 Offensive. Nicht schlecht. Das ist immer noch kaputt. Beziehungsweise sind wir aber noch nicht gut genug für. Und hier. Ja, das ist alles Mumpitz. Moment mal. Es gibt 10 mehr. Warum habe ich das denn an? Was passiert, wenn ich was zerstöre? Hier, das kann ich zum Beispiel zerstören. Kriege ich da irgendwas wieder? Irgendwelche Materialien? Bin ich sicher. Ich glaube nicht. Äh, aber ich würde trotzdem endlich mal gerne wissen, was mit Verbesserungen ist. Das wurde einem noch nicht gesagt, oder? So gerne mal hier irgendwie Verbesserungen machen. Dann habe ich den hier gefunden. Dann habe ich denn diesen Pullover bitte gefunden. Habe ich den außer sehr aufgehoben, ohne es zu merken? Ich bin ja ein krasser Dude. Immer crass unterwegs. Die Brilli. Die Brilli. Ja, der ist immer crass. So, das ist der Händler. Hier gibt es die Blutegels. Da sind die Scheißviecher. Ich würde die ja schon gerne legen, aber ich würde auch nur zwei Tränke. Muss jetzt nicht sein. Scheint mal ein Kobold-Lager gewesen zu sein, ein kleines. Boah, guckt euch diesen Wald an, alter. Wie dunkel kann etwas sein? Guck mal hier. Da ist irgendwo eine Höhle. Was ist denn das hier bitte? Das ist ja Ungenuss. Die ist da unten aber dann, ne? Ne, komm. Da gehen wir jetzt bestimmt nicht hin. That's too risky. That's too risky. Bleib mal lieber auf dem Fahrt. Ich glaube, jetzt erst mal so ein Beamer. Ne, was? Auftrag aktualisiert. Hä? Moment mal, ist das der Schatzkarten-Gedöns? Finde das was? Das ist Hauptquest. Was habe ich denn jetzt hier? Was war denn jetzt hier? Ey, manchmal blicke ich in dem Spiel wirklich überhaupt nicht durch. Nee, wir machen jetzt hier, Claire. Ich blicke mich nicht. Irgendwas habe ich hier gefunden, offensichtlich. Aber ich weiß nicht was. Aus dem Weg. Das sollte ich untersuchen. Was? Was? Was solltest du untersuchen? Ach, guck mal. Inferio. Inferius. Guck mal hier, da machen wir einfach... Ey, da macht er das nach unten. Ich raste komplett aus. Ey, wie dumm kann ein Spiel denn bitte sein? Ach, hier. Incentrum. Ey, schon wieder. Ey, nee, komm, das ist mir zu blöd. Wirklich, wie kann man so dumm... Wie kann man so bescheuert ein Spiel programmieren? Ach, hier. Incentrum. Ach, hier. Incentrum. Ey, es ist so dumm. Ich gucke doch nach oben. Ey, da kriege ich wirklich zu viel. Wie kann man so programmieren? Das ist doch Schwachsinn. Guck mal, die kommen jetzt hier hochgewatschelt oder was? Was ist denn hier euer ganzer Hauch des Todesgedöns? Jetzt ist hier eine Stufe-3-Schloss. Ihr habt doch das ganze Zeug hier gerade gedroppt. Wo ist das denn hin? Da. Das ist ja gutes Zeug, ne? Guck mal, was macht das? Obwohl das ein roter Zauber ist. Da sind wahrscheinlich keine aktiven Flammen da drin sind. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Welche sind das da oben? Das sind aber nicht solche... Das Ministerium sollte die dunklen Künste nicht so schlimm sehen. Oh, 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 Level 20? Sollte ich jetzt vielleicht nicht machen? Sollte ich vielleicht ganz sogar lassen. Level 20 jetzt. Oh, hier, guck mal. Eier. Gut, da ist das Dorf. Dann gehen wir nochmal hin. Bam. Hello. Nein, er ist tot. Was? Er hat sich leider den Erschwinderinnen angeschlossen. Und er will nicht zurück. Was? Nein. Nein, das kann nicht sein. Er wollte Ihren Rat. Das ist alles. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Boat. Das ist für Musik dabei, ey. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Badolf. Wonach suchen Sie genau? Badolf. Mein lieber, lieber Bruder. Der ist dahin, gell? Vielen Dank für die Großzügigkeit. Heißen die ausgegrauten, dass ich die anhab, oder dass ich die noch... Ach nee, das ist so, weil ich die noch... Die sind Level 17. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Oh, das ist ein... Ne, den behalten wir mal. Bisschen Platz schaffen. Auftrag abgeschlossen. Gut, 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 gut. Woran ist das Inventar? Hier haben wir wieder irgendwas... Bin ich nicht. Bin ich nicht. Es bleibt hier. Äh... Aber das... Ich verstehe es wirklich nicht. Nein, du sollst sie anziehen, aber... Was ist mit diesen Verbesserungen? Keine Eigenschaft angewandt. Keine Verbesserungen angewandt. Wie geht es? Wann wird einem das denn mal gezeigt? Ich bin schon ewig in diesem Spiel drin. Und ich habe noch nicht mal ein Besen. Ich kann keine Talente machen. Was ist los? Wie lange ist denn dieses Spiel, bitte? Äh... Wir müssen uns mal überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben Badolf-Gedöns abgeschlossen. Ähm... Machen wir jetzt die Hauptquest weiter? Oder machen wir erstmal den Hauch von Liebe? Wir haben nur Liebe. Liebe, 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 Liebe. Überall. Findet ihr den Schatz anhand der Schatzkarte mit den fliegenden Kerzen? Machen wir das erstmal. Ähm... Schade. Wird mir kein Weg angezeigt. Das wäre ja auch so schön gewesen. Gucken wir uns gerade mal bitte die... 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 Die Dings an. Wo ist das denn überhaupt? Rief, Badolf. Alter, wo ist denn... Wer ist das hier überhaupt? Da. Schatzkarte. Ansehen. Also. Brücke. Zwei Kerzen. Wald. Dorf. Torbogen. Irgendwelche Kerzen anmachen an der Brücke. Ist das die Brücke, die... Die wir schon mal drüber sind? Äh... Warte mal. Wo war die denn? Da hinten. Ist die das? Nur zwei Kerzen? Das ist die nicht, ne? Oder? Die sind keine zwei Kerzen. Aber die sieht auch nicht so aus, wie die auf dem... Oder? Näh. Gucken wir mal gerade nach. Näh, das ist schon so eine Steinbrücke, die relativ... Gerade ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wo ich da hin sollte. Also... Wenn ich es nicht besser wüsste... Ist das schon hier irgendwo, aber... Was ist denn hier? Wollen wir hier angreifen? Was kann ich mit denen machen? Nichts. Auf jeden Fall witzig. Die ist eine Brücke, aber das ist die auf keinen Fall. Das ist blöd. Da würde ich sagen, dass wir das jetzt doch nicht machen, erstmal. Ähm... Sondern doch erstmal ein anderer Quest. Und vielleicht finden wir die dann aus Versehen. Die gute alte Brücke. Weil jetzt wüsste ich sonst nicht, wo die ist. Dann machen wir jetzt doch erstmal weiter mit dem Hauptauftrag. Gefangene. Finde das, was... Jaw... Äh... Jackdaw Anne hinterlassen hat. Da machen wir das. So wieder hier runter, oder was? Sieht interessant aus. Wir waren hier schon, du Honk. Guck mal hier. Hier unten. Im Wald, oder was? Na gut, dann gehen wir da nochmal hin. Müssen wir da jetzt offensichtlich hin. Wo ich nicht hin wollte. In den dunklen Wald. I don't want to go into the black forest. I just want to go into the black forest. Ach, guck mal, hier ist eine Höhle. Muss ich da rein? Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Gehen. Hier war ja ewig niemand mehr. Das sieht alles gleich aus. Was haben wir hier für Bankschließfächer? Wow. Nicht schlecht. Ach, komm schon. Was passiert jetzt? Fangen wir jetzt da durch? Es glüht, es glüht, es glüht. Aha. Okay. Was? Was? Äh. Gold. Äh. Okay, hier ist wieder so ein... Ne, ist doch nicht. Nicht mit Malvenkraut zumindest. Ich jetzt alle auf... Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt Rätsel, Anne, oder was? Incentive! Uch. Egal. Wie ist er da durch? Ja, toll. Sieben Gold, ey. Leute. Was ist hier? Was? Ist Rätsel, ja. Äh. Aber was? Warte mal, ähm... Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Tut sich nix. Also der ist jetzt draußen geblieben. Und jetzt den auch... Guck mal, hier hat Akio gar keine Aufladezeit. Nein, so geht's nicht. So geht's nix. Hab ich irgendeine Schrift, wo irgendwas drin ist? Das ist ein Knappen, der da unten hört, statt Antidäne. Ich werde da was angehen. Hm. Aber dazu habe ich jetzt keine, äh... Seite, oder sowas, ne? Ja, gut. Jetzt muss ich hier rausprobieren, oder was? Also der da unten... ...bleibt jetzt einfach so, oder was? Offensichtlich. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Was muss ich tun? Ach hier. Nein, so geht's nicht. Sind die hängen überhaupt zusammen? Nein. Wie hast du das gemacht, Jack Thor? Wollte ich doch gar nicht. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Mein Gott, du gehst aber auch immer näher da dran. Es geht mir richtig auf den Biss. Nein. Wie hast du das gemacht, Jack Thor? So, jetzt den da unten wieder. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Wie geht das denn auch... Nein, mit wem geht er wieder zurück, ja? Nein, so geht's nicht. Aha. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie gefunden hat. Mich überlistest du nicht, Jack Thor. Keine Ahnung, was das jetzt war. Wo ist der Hinweis versteckt? Da. Meine liebste Anne, gut gemacht. Du hast eine Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die einzige, mit der ich meine Abenteuer teilen kann. Trifft mich am Rande des Verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich erzählt habe. Es ist unmöglich, vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Piefs aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist erst der Anfang, Richard. PS, ich bin so froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Leute, die Programmierer wollen einen echt nerven. Hier muss doch noch was Loot drin sein. Das kann doch nicht einfach, weißt du, so... That's it. Das ist doch lächerlich. Es muss Loot geben. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Halt's Maul. Du gehst hier einfach nur wieder raus. Ja, der Beethoven. Der Richard Jackdor? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Fizzlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es hier geht? Anne ist sie im Gefängnis, oder? Sie kam wegen deines Mordes nach Asgaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Asgaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn auch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes, und ich zeige dir, wo genau sie sind? Das ist so geil, die deutsche Sprachausgabe, wahrscheinlich die Englische ist viel besser. Das ist ja wohl echt lächerlich, dieses so übelstes traurige Thema, und dann, ja, das ist ja schön, und einfach richtig scheiße betont, aber gut. Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. What? Helen erwähnte Apollonia Black. Musste Anne wegen ihr den Kopf hinhalten? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich... nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Hm. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Piefs zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen. Was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. So, so. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Ah. Level 17, Freunde. Ihr wisst, was das heißt. War schon richtig Ausrüstung, Bridi. Äh. Warte mal. 46. Uiuiuiui. Uiuiui. Habe ich noch irgendwas? Hier. Und hier, glaube ich, noch was, oder? Hier. Ne, nichts. Drei Level 17 Sachen? Oder habe ich es auch so sehr verkauft? Hier. Ohohoho, Leute. Jetzt sind wir aber krass drauf. Guckt mal, wie wir aussehen. Sollen wir das Erscheinungsbild tatsächlich mal ändern? Das ist ja wirklich nicht aushaltbar. Ne, tun wir nicht. So, Inventar. Was haben wir da noch Neues? Achso, das war... Das... So, jetzt brauchen wir... Erzähl, Professor Fick von der Kartenkammer. Das ist jetzt der einzige Auftrag, den wir momentan aktiv verfolgen können, würde ich sagen. Äh? Jetzt haben wir doch einmal doch einen anderen Auftrag, oder was? Jackdor's Letzte Ruhestätte. Voraussetzte... Ah, okay. Dann machen wir das jetzt zuerst. Gut. Gut, gut. Wo müssen wir da hin? Hier ist man wieder hoch. Warte mal. Wo geht's denn eigentlich in diesen... Wo geht's denn eigentlich in diesen Wald? Könnte man auch von da rein? Wenn ich hier hinreise? Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht allein durch den Wald gehen. Wir versuchen's. Bin ja clever. Wo ist denn das? Das ist mitten auf dem Weg, glaube ich, ne? Ist das die Brücke? Moment. Liebesbrief. Meine liebste Apollonia. Würdest du mir mit dem Pickling ab... Anschließend? Ich weiß... Ich hoffe, ich will... Ich hoffe, ich will... Mit der Satz zu? Äh... Jetzt auf einmal an... Aber das war nicht ich. Warte mal, Rade. Ein Liebesbrief, der zusammen mit einem Milder-Johan am romantischen Traum gefunden wurde. Äh... Nein. Zwei Kerzen. Ist das denn die Brücke? Und der gibt's wahrscheinlich aber auch mehrere. Hier sind keine Kerzen, die ich irgendwie entzünden könnte. Richtig? Richtig. Richtig. Ach, hier geht's in den Wald. Ah ja. Das ist gut. Steht da direkt irgendein Gegner da irgendwie rum? Ist das schön, das ist ein Sumpfarsch? Oh nein, das ist so ein Sumpfarsch. Einer? Nur einen? Du machst diesen Viechern einfach kein Damage. Das ist unglaublich. Und die wehren einfach alles ab. Was macht er da? Was macht er da? Rentt er da die ganze Zeit gegen die Baum? Genau, es ist immer gut, auf den zuzuwenden. Really. Oh Gott. War er sinnlos, aber immerhin ist er tot. Das sollte man machen. Ich glaube, da ist so ein... Spinnen... Dings. Kreuzspinnen. Ist jemand. Eingedings. Der hat mich gesehen? Der hat mich gesehen? Der hat mich gesehen. Der hat sich gesehen. oder nicht? Was ist mit dir? Ich wollte dich befreien, Alter. Scheiße. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Wer geht da? Lächerlich. Spinnen sind ja lächerlich. Kann ich eigentlich durch einfach? Ja. Nein, Mann. Fiese Unholde. Fiese Unholde. Ja, gut. Das haben wir gut gemacht. Weiß nicht, wofür wir das ganze Zeug hier brauchen. Den Mondstein gedönst da. Ach, die Straßenköder. Was ist das denn da? Das ist eine Eule einfach. Hey, du. Kommst du ab, ne? Kommst du einfach ab. Der denkt sich auch, ja. Freund, was los? Ich hab dich nur angeguckt. Kommst du hier einfach einen raus. Wir sind immer ein Eichkätzchen. Ich sag mal, die Brücke. Oh, guck mal hier. Das sieht aber auch so ein bisschen sehr romantisch aus. Können wir hier nichts machen? Hier liegt doch bestimmt irgendwas. Nichts? Hier ist doch dieses Picknick, oder nicht? Lächerlich, ey. Scheiße, die Folge ist zu Ende, Leute. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann zu dem. Oder machen hier noch so ein Lager. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Hogwarts Legacy. Tschüss. Tschüss. Tschüss.